Hallo und herzlich willkommen zu meinem Veto. Ich bin auf dem Weg zu Paderborn. Ich bin hier bereits in der Kasse, bin im Zoo. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Flugstränge. Wir begrüßen Sie in der E11 nach am Hauptbahnhof. Nächster Halt, Hof Geismar. Die Fahrplanumstellung hat schon was gebracht. Der Zug ist nicht so rappelvoll, wie noch im Sommer. Ja, da war ich ja auf Flugdibori. So, ich sehe hier was, dass der Zug irgendwie Verspätung hat. Mal schauen was rauskommt. Wir sind hier kurz vor Paderborn. Und ich habe mich inzwischen etwas angehalten. So, wenn ihr euch noch richtig erinnern könnt, hier war die Bori. So, die Spitze vom Dom ist schon zu sehen. Ich bin schon mal richtig hier. Sieht ein bisschen anders aus als noch Ende Juli. Da war ja die Bori. Und wir sehen uns gleich wieder. Hier ist die Crew, der Paderborn. So, ich war einkaufen im Decathlon. Weihnachtsgeschenke geholt. Und zeige ich euch noch ein bisschen was von hier in Paderborn. Zack. Da ist im Übrigen der Dom. Wir sind gleich dabei. So, hier ist wie gesagt das Rathaus. Und da muss man einfach mal schauen, was kommt. Da ist es hier rechts, ist der Stand, wo ich mich aufhalte. So, in leichten Regen geht es jetzt zurück. So, ich darf es mal tristet Paderborn. Wenn das wenig ist. равn, wie ich an. So, ich bin so sehr, sehr, sehr Equipart. So, ich bin so sehr, sehr schön. Ich bin super, sehr, 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 sehr. Sollte Ich hänge hier fest, weil bei Gundershausen wohl Polizeieinsatz ist. Das kann man zwar nicht da lesen, aber eigentlich müsste der Kandus hier einfahren, weil da drüben schon eine 20-Minuten-Verspätung eingetodelt ist.